Der nächste Tipp für euch zum Thema Fitnessstudio. Wir suchen ein Fitnessstudio. Also, ganz wichtig, aufpassen. Ihr sollt im Fitnessstudio fragen, Freunde, wie sieht es aus? Ist zu jeder Tageszeit ein Fitnesstrainer auf der Trainingsfläche? Läuft der Fitnesstrainer rum oder bohrt er nur in der Nase einen sitzenden Thekel und schlürft sein Proteintrink? Das müsst ihr fragen. Ist immer ein Trainingspartner, ein Trainer auf der Fläche, ein ausgebildeter Trainer mit einer fundamentierten Ausbildung und guckt, was er macht. Selbst wenn er wochenlang trainiert, er hat eine Einweisung gehabt von fünfmal, es können sich Fehler einschleichen. Das ist völlig normal. Dafür ist der Trainer, der läuft durch und sieht, oh, der macht einen falschen Rundrücken. Der sitzt im Rundrücken dran und möchte rudern. Den müssen wir gleich korrigieren. Wow, der macht Kniebeuge, der knickt mit den Füßen nach innen. Den müssen wir korrigieren. Und das müsst ihr wissen. Nur wenn ihr es wisst, wisst ihr, dass ihr im richtigen Fitnessstudio seid. Deswegen nachfragen, bevor ihr unterschreibt. Easygoing zum Thema Fitness Lifestyle.